Ja, und schön, dass Sie drangeblieben sind, denn unser Christmas-Shopping-Opening diese Woche ist ein absoluter Hammer. Jetzt wollen wir Ihnen natürlich noch keine Weihnachtsbäume hier präsentieren. Da haben wir noch ein klein wenig Zeit, aber es sind keine 100 Tage mehr bis Heiligabend. Die Zeit rennt, das wissen wir alle und es geht schnell. Und wir haben in dieser Sendung einige Produkte, die waren letztes Jahr, also Deko-Produkte, um die geht es heute, die waren letztes Jahr kaum vorgestellt, schon ausverkauft und dann haben viele in die Röhre geschaut. Hier muss der Schlüsselsatz heißen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und das wissen wir schon aus den Literaturklassikern, aber hier gilt es doppelt. Denn gerade das erste Produkt, und das kann ich Ihnen eins zu eins sagen, haben wir letztes Jahr zum allerersten Mal vorgestellt. Nach drei Tagen war das komplette Kontingent ausverkauft. Und es ist auch ein Deko-Element und ein Kuschel-Element der Extraklasse. Oder, Anne-Kathrin? Schauen Sie mal, ein wunderschönes Kissen. Ja, ganz weich hier, super sanft und soft. Aber das Besondere, wir haben hier zwei kleine LEDs. Das heißt, Sie können mit der Kerze kuscheln, Sie können die natürlich auch ausschalten. Die merkt man nicht, also es ist jetzt nichts Hartes, was irgendwo stört, wenn man zum Beispiel auch mal ein Mittagsschläfchen machen will. Das können Sie dann natürlich auch ausschalten. Aber es ist natürlich sehr, sehr dekorativ, wie wir das auch hier schon bei uns auf dem Sofa haben. Und das ist natürlich auch etwas, was keiner hat. Man hat ja jedes Jahr immer so die gleiche Dekoration, die man rauskramert. Ich zum Beispiel auch. Ich habe da immer so die Klassiker. Aber ich mag es auch ab und zu mal wieder ein bisschen was Neues, zu variieren, auch zu schauen, was hat nicht jeder. Und so ein schönes Deko-Kissen habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und das ist wirklich ein Highlight, eines meiner Highlights, weil es ist sehr geschmackvoll. Es hat jetzt nichts mit Kitsch an Weihnachten zu tun. Es ist wirklich super geschmackvoll. Ich kann es auf Wunsch ausschalten. Es flackert aber so schön echt, dass ich eigentlich es die ganze Zeit brennen lassen will. Und es ist natürlich auch eine schöne Geschenkidee für alle, die jetzt irgendwo wohnen, zum Beispiel in so einem Jorenzentrum oder Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen, wo eben auch echte Kerzen verboten sind. Ja, das müssen wir sagen, das ist ja kein rein weihnachtliches Motiv, das ist ein Herbstmotiv. Das heißt jetzt eigentlich auch genau die richtige Jahreszeit, weil wir sprechen ja jetzt schon so langsam von der dunklen Jahreszeit, weil es wird immer früher täglich. Früher dunkel und da möchte man es sich gemütlich machen. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, Ihre Freundinnen oder Freunde kommen zu Besuch und Sie haben auf dem Sofa zwei oder eins dieser Kissen hier schon angeschaltet und die Kerzen flackern. Weil achten Sie mal auf etwas und das finde ich immer phänomenal. Du hast ja hier ein zweidimensionales, also ein flaches Kissen. Aber durch dieses Licht, achten Sie mal drauf, arbeitet unser Gehirn so, dass die Kerze plötzlich dreidimensional wird. Und das ist für mich ein Phänomen. Es sieht toll aus und ist auch bezahlbar mit 11,35 Euro. Wir müssen aber noch mal sagen, letztes Jahr nach drei Tagen restlos ausverkauft, deshalb dieses Jahr das Kissen unbedingt jetzt schon bestellen. Und die sind auch wirklich ganz, ganz weich. Also die können Sie auch ruhig zum Mittagsschläfchen benutzen. Sie müssen jetzt keine Angst haben, dass Sie irgendwas stört. Schauen Sie mal, selbst hier oben im Teil ganz weich, ganz sanft. Dieser Mikrofließbezug, also wirklich ein Highlight demnächst in Ihrem Wohnzimmer. Und wenn es dann auf den Sommer wieder zugeht, kann man das natürlich auch beziehen mit einem Deko-Kissen Ihrer Wahl. Aber die Option, dass ein Kissen leuchten kann, haben Sie sowas schon mal gesehen? Also für mich war das das Highlight auch im letzten Jahr. Und ich habe da damals auch gleich das Zweier-Set bestellt. Das zeigen wir Ihnen später auch noch. Aber das ist natürlich, wie Ralf gesagt hat, nicht nur für Weihnachten. Das kannst du auch in der Vorweihnachtszeit, das kannst du in der Nachweihnachtszeit auch schön dekorieren. Und das ist wirklich so Liebe zum Detail. Hier hinten diese kleinen Tannenzapfen, dann diese schicke blaue Kerze, gleich zwei Stück an der Zahl. Hier unten nochmal liebevoll dekoriert mit den Sternchen und auch mal ein schönes Geschenk. Ja, natürlich. Sehr, sehr schön zu verschenken. Aber man ist sicher auch selbst der Nächste. Ich glaube, so ein Deko-Highlight möchte man einfach mal zu Hause haben, weil ich glaube, und ich bin mir sicher, Sie kennen keinen in Ihrer Bekanntschaft, der das hat. Sie wären der oder die Erste. Und nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden, es ist nicht nur der Kissenbezug. Es ist ein komplettes, fertiges Kissen. So kommt es zu Ihnen. Und null Wärmeentwicklung, das ist der Vorteil an dieser LED-Beleuchtung. 11,35 Euro unser Preis und die Bestellnummer ist die NX8179 und die 5,6,9, 11,35 Euro. Jetzt hat Anne-Kathrin gerade schon gesagt, wir haben auch ein Zweierset. Jetzt rechnen wir mal zwei. Wären 22,70 Euro, wenn Sie zwei einzelne bestellen. Aber da Sie clever sind, werden Sie jetzt dieses Doppelpack für 18 Euro bestellen. Also das Doppelpack macht schon sehr viel Sinn, ja. Also auch gerne links, rechts vom Sofa sieht das gleich sehr, sehr schön aus. Das Zweierset auch hier wieder natürlich komplett. Also Kissen plus Hülle plus natürlich die zwei LEDs. Aber hier jetzt eben der große Vorteil, Sie sehen das hier schon schön. Und auch egal, welche Farbe Ihr Sofa hat, das sieht wirklich fantastisch überall aus. Ob du jetzt zum Beispiel ein weißes Sofa hast oder Schwarzledersofa, das ist einfach super schön und ergänzend auch zu Ihrer Weihnachtsdeko, die Sie vielleicht schon zu Hause haben. Weil man hat ja so die Klassiker, aber so einen Kissenbezug habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ja, und das ist nicht nur ein Kissenbezug, nochmal betont, das ist das komplette Kissen. Und Kerzen bergen normalerweise auch immer eine leichte Brandgefahr. Die ist hier zu absolut 100 Prozent gebannt. Keine Brandgefahr, weil es ist ja nur LED-Technologie, auch wenn es so täuschend echt aussieht. Und nochmal, Sie sehen, es ist ganz gemütlich anzufassen. Und man kann auch gemütlich drauf liegen, aber es ist ein Deko-Highlight, das Sie unbedingt haben müssen. Also notieren Sie sich bitte die Bestellnummer, die NX8325 und die 569. Und ich muss nochmal betonen, im letzten Jahr, als wir die Kissen vorgestellt haben, waren die nach drei Tagen restlos ausverkauft. Und natürlich haben wir dieses Jahr eine größere Menge geordert, aber ich bin mir sicher, dass das auch höchstens eine, anderthalb Wochen hält. Und dann sind sie wieder weg, weil die Kissen sind an Schönheit nicht zu übertreffen. Das Zweierset im Sparpark für gerade mal 8, 18 Euro. Und da muss ich sagen, das ist ein Deko-Element jetzt nicht nur vorausschauend für Weihnachten, dass er nicht mehr 100 Tage entfernt liegt, sondern auch für den Herbst, für die dunkle Jahreszeit. Einfach mal hier wunderbare Deko-Elemente zu Hause schaffen. Und zwar ohne Aufwand, du musst nichts installieren. Du stellst die Kissen dorthin, wo du sie haben willst. Deko-Elemente aus Holz. Die haben Tradition und zwar, ich bin mir sicher, seit Jahrhunderten. Und dementsprechend hat uns Anne-Kathrin jetzt auch ein wunderschönes Holz-Deko-Element mitgebracht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe immer so Klassiker. Ja, die stelle ich jedes Jahr aufs Neue wieder auf, weil die einfach eine Tradition haben, eine Geschichte haben und was ganz Besonderes sind. Und die will ich nicht einfach so im Schrank verschwinden lassen. Und eines meiner Highlights ist natürlich der Klassiker, der Schwibbogen. Das sieht man ja Weihnachten überall in den Fenstern, wenn dann so ein schönes Deko-Licht, aber in Form eben von so einem Bogen erscheint. Und hier reden wir jetzt von einem Holzschwibbogen. Das sehen Sie schon, der ist komplett aus Holz gefertigt. Hier der kleine Weihnachtsmann mit seinem Rentier und den Schlitten. Dreh ihn doch mal um, dass wir das noch ein bisschen deutlicher sehen. Genau, ich drehe es mal um. Das ist nämlich von hinten und von vorne hier wunderschön designt. Also das heißt, wer den Schwibbogen von draußen sieht, der hat natürlich hier Freude, aber auch von innen. Und deswegen hier ein absoluter Klassiker. Kleine LEDs sind da. Normalerweise kennt man ja einen Schwibbogen, da muss man erst eine Steckdose suchen. Hier haben wir aber ein kleines Batteriefach integriert. Und ganz ehrlich, und das muss ich jetzt auch wirklich nochmal sagen, bei dem Preis von 9,41 Euro. Zum einen haben Sie hier Holz, also komplett aus Holz gefertigt. Und es ist auch handgefertigt. Also ich zeige Ihnen jetzt ganz, ganz viele Deko-Highlights, die nicht nur filigran sind, sondern auch komplett handgefertigt. Und da weißt du ja, gerade in so Holzgeschäften, wenn etwas von Hand produziert worden ist, dann ist das meistens sehr, sehr teuer. Und 9,45 Euro, ich dachte wirklich erst, wir haben einen Schreibfehler. Also Echtholz, wir haben wirklich tolle, tolle Winter-Elemente, schon mal Weihnachten vorbereitend und das Ganze auch noch wunderschön beleuchtet. Und das für 9,45 Euro, also so mit Sicherheit noch nicht da gewesen. Und deshalb sage ich Ihnen auch hier gleich die Bestellnummer, weil ich mir ganz sicher bin, dass auch dieses Deko-Element bald ausverkauft sein wird. Die Bestellnummer ist die NX 8190 und die 569. Und ich finde es schön hier, der Weihnachtsmann mit seinem Rentier vorne läuft noch ein Kind umher. Also ein kleines Kind, das hat das Rentier an der Leine und führt den Weihnachtsmann durch den Schnee. Hier natürlich der Weihnachtsmann mit seiner Rute im Schlitten, schon vollgepackt mit den Geschenken für die Kinder. Und auch schön hier mit diesen kleinen Sternen. Also das ist wirklich ganz, ganz filigran. Das ist jetzt kein grobes Holzelement, sondern wirklich, das ist ganz, ganz fein hier von Hand ausgesägt und natürlich auch von der Rückseite. Ich sagte ja, jeder profitiert davon, die Fußgänger von draußen, aber auch Sie von drinnen. Und schauen Sie mal von hinten. Ja, das sehen dann praktisch, also das kann man ja hinstellen, wie man will zu Hause. Von hinten ist da natürlich der Wald, der schicke Wald hier natürlich voll geschneit und es hat geschneit. Und dann die kleinen Laternchen überall hier oben. Also wunderschön, Liebe zum Detail. Es würden die kleinen Sterne hier vom Himmel fallen. Und dann in der Mitte haben wir jetzt bewusst etwas kältere LEDs gewählt. Weil klar, Schnee ist ja kalt und so frostig. Da freut man sich dann, wenn man nach Hause kommt und sich es gemütlich machen kann. Also ich muss wirklich sagen, selten so ein Deko-Highlight gesehen, was so liebevoll dekoriert ist. Und das dann für diesen wahnsinnigen tollen Preis. Und was ich schön finde, auch wenn wir gefühlt noch ein bisschen im Sommer sind, im Winter, hoffen wir ja immer alle auf weiße Weihnachten. Hier deine Deko-Elemente, die bereiten dich schon mal drauf vor. Ob es dann schneit an Heiligabend, das wissen wir heute noch nicht. Das wissen auch die Meteorologen nicht. Aber ich weiß, dass ich die Deko-Artikel habe, die mir hier eben Schneefall und Kälte suggerieren. Und dann muss ich sagen, Echtholz, das ist nochmal ein Ausrufezeichen. Das ist also kein Kunststoff. Das ist ganz, ganz wichtig. Oftmals kriegt man für eben 9,45 Euro, wenn es hochkommt, irgendwelche Kunststoff-Elemente. Nein, Holzelemente. Insgesamt 20 LEDs haben wir hier, glaube ich, eingebaut. Es ist einfach wunderschön und nicht teuer. 9,45 Euro nutzen Sie dieses Christmas Season Opening mit den Sonderpreisen, um sich eben rechtzeitig einzudecken. Und Weihnachten kommt dann schneller, als man denkt. Und du bist völlig flexibel. Du brauchst keine Steckdose, weil häufig hast du hier am Fensterstock gar keine Steckdose. Das ist richtig. Und dann erledigen sich manche Beleuchtungsideen, die man hat schon von ganz allein. Weil man denkt, jetzt muss ich noch Kabel legen. Hier nicht. Das Einzige, was Sie sich jetzt legen müssen, ist ein Stift nebendran und die Bestellnummer aufschreiben. Und das ist die NX 8190 und 5, 6, 9. Jetzt werden wir doch noch ein klein wenig weihnachtlicher, weil neben dem Weihnachtsmann und den Renfernen gelten natürlich Sterne auch als Zeichen der Heiligen Zeit, der Adventszeit, der Weihnachtszeit. Aber hier, finde ich, haben wir einen Stern, den man ruhig auch jetzt im Herbst schon irgendwo dekorieren kann. Schauen Sie mal, ist der nicht schön? Ein kleiner Dekoratanstern. Und den würde ich Ihnen gleich jetzt empfehlen, mehrere zu bestellen. Zum einen ist das eine wunderbare Dekoration, zum Beispiel für die Wohnungseingangstür. Ja, einfach mal so an die Tür hängen. Das sieht schon mal sehr weihnachtlich aus. Aber wie Ralf auch gesagt hat, gerne schon in der Vorweihnachtszeit. Also wir haben hier einen Rattanstern. Der ist ja komplett aus Naturmaterialien gefertigt. Auch hier die Tannenzapfen. Das sind echte Tannenzapfen. Das ist jetzt nicht irgendwie aus Plastik. Unten haben wir dann die schönen Eibenbeeren und natürlich auch hier die Tannennadeln. Die dürfen wir Weihnachten nicht fehlen. Also es ist alles hochwertig gemacht. Und du hast ja auch dieses kleine Häkchen. Du kannst es irgendwo hinhängen. Du kannst es aber auch jede Zeit zum Beispiel auf eine schöne festliche Tafel legen. Ja, wenn Sie Besuch erwarten zum Advent, vielleicht Kaffee, Kuchen, Stollen. Natürlich aber auch Spekulatius. Da ist das schön. Aber warum ich auch gesagt hatte, bestellen Sie gleich mehrere. Ich habe das im letzten Jahr wirklich ganz viele gekauft, weil ich das immer schön finde, schon für die weihnachtlichen Geschenke. Wenn du die dann einpacken willst, da habe ich an jedes Geschenk so einen Stern gehangen. Und das macht wirklich was her. Das ist ja auch eine tolle Idee. Bei drei Euro. Ich habe das jetzt gerade so im Fenster hängen sehen. Kannst du auch. Wenn du das von außen auch siehst. Aber auch ein Geschenk noch, um das Geschenk zu veredeln, ist das natürlich hervorragend. Also 3,75 Euro für ein solches handgefertigtes Deko-Element, ein Deko-Stern aus Naturmaterialien. Also nochmal, echter Rat da. Echte Tannenzapfen sind hier drauf. Und das Ganze hat auch eine schöne Größe von 15 Zentimetern. Und das eben für 3,75 Euro. So wahrscheinlich noch nie da gewesen. Die Weihnachtsmärkte gehen noch eine Weile. Aber da gibt es ja auch immer solche oder ähnliche Deko-Artikel. Aber nicht für 3 Euro. Da kostet halt so einen Stern gleich mal 10 oder 15 Euro. Und dann wird gesagt, das sind Naturmaterialien. Das wurde handgefertigt. Ich brauche den Preis. Aber die sind auch Naturmaterialien. Und auch handgefertigt. Genau. 3,75 Euro. Und diesen wunderbaren Rathahnstern mit der schönen Dekoration, den bekommen Sie mit der Bestellnummer NX8503 und der 569. Also das ist wirklich auch was Schönes, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt irgendwo eingeladen. Ich möchte was mitbringen, zum Beispiel eine Flasche Glühwein. Dann hängst du das hier einfach auch nur dran. Weil es macht dann auch so viel her. Das kannst du wirklich sagen, ja, das ist ein Highlight. Das ist handgefertigt. Das ist aus Naturmaterialien. Man kann es eben schön hinlegen auf eine festlich geschmückte Tafel, wenn man zum Beispiel zu Kaffee und Kuchen einlädt. Man kann es, wie Ralf gesagt hat, ins Fenster hängen oder an die Tür. Das sieht auch immer sehr, sehr schön aus. Ja, und das Ganze hier wirklich aus hochwertigsten Naturmaterialien. Und das ist so was, was mir besonders gut gefällt, weil es ist sehr geschmackvoll. Also ich weiß, Weihnachten sagen viele auch so ein bisschen Kitsch gehört dazu. Aber wenn du dann ab und zu mal noch so ein Highlight hast, was eben auch sehr edel und sehr geschmackvoll ist, umso schöner, oder? Also hier gleich bitte mehrfach sich eindecken. Entweder als Deko-Highlights, die man einzeln zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, auf der Kaffeetafel präsentiert. Oder dann natürlich vorausschauend für die Weihnachtsgeschenke als Option, die Geschenkverpackung noch etwas edler zu machen. Egal wie Sie es benötigen, der Preis ist der gleiche. Gerade mal 3,75 Euro. Und die Bestellnummer ist die NX 8503 und die 569. Ein weiteres Deko-Highlight sind natürlich auch, und ich glaube, da wird jeder zustimmen, Gerlanden. Und mit Gerlanden kann man auf einfachste Art und Weise ein bisschen grün und festliche Stimmung zu sich nach Hause holen. Und da hast du uns jetzt natürlich auch wunderschöne Gerlanden mitgebracht, die übrigens natürlich dann auch mit den Sternen kombinierbar wären. Das ist auch eine schöne Idee. Also wir haben nämlich unsere erste Deko-Gerlande und die kann man nämlich selbst schmücken. Deswegen auch hier perfekt in Kombination mit unserem Rattanstern. Das ist jetzt hier eine Deko-Gerlande, die kennen Sie vielleicht an anderer Stelle. Ich verbinde Deko, also mein absolutes Highlight sind Deko-Gerlanden, weil ich das immer mit Amerika verbinde. Ja, wenn die dann immer alles sprungvoll schmücken, das Geländer, die Treppe hinunter und dann noch mit so schönen Stiefelchen oder Socken dann hier dranhängen für den Nikolaus. Das verbinde ich immer mit Weihnachten und für mich gehört so eine Deko-Gerlande einfach zu Weihnachten. Ich habe zwar zu Hause keinen Kamin, so wie wir das hier haben, auch sehr, sehr schön, aber ich hänge das jedes Jahr über meine Türrahmen. Das ist nämlich eine perfekte Länge von 1,80 Meter. Das heißt, man kann die schön gerade aufhängen. Man kann die aber auch hier so mit schönen Bögen aufhängen. Man kann ja auch mehrere bestellen bei dem Preis von 8,50 Euro. Ich habe zwei bestellt. Ja, eine habe ich immer oben, die anderen lasse ich dann so runterhängen. Das macht schon ordentlich was her. Und die ist jetzt eben perfekt dafür geeignet, um sie selbst zu beschmücken. Ich weiß, viele haben immer jedes Jahr Weihnachten ein Motto. Und das sind dann die Farben. Das eine Jahr schmückt man rot, das andere Gold. Dann wieder ein anderes Jahr ausschließlich Naturmaterialien. Und dann kann ich jetzt hier kleine Deko-Kügelchen dranhängen. Oder kennen Sie diese schönen Zuckerstangen? Ja, diese gebogenen, die kann ich hier toll dranhängen. Oder Sie sind mit den Enkelkindern im Wald und sammeln da ein bisschen Moos, kleine Beeren, Tanzhapfen. Sie können hier natürlich auch so kleine Kerzen anhängen, zum Beispiel auch LED-Gelanden. Ja, auch das kann man machen. Das ist eben das Schöne bei dieser Gelande. Die kann man auch so hängen lassen und die sieht schon wunderbar aus. Aber wenn Sie zu Hause wirklich schöne Deko-Highlights haben, viele haben zum Beispiel auch, das ist so der Klassiker, diese kleinen Sternen. Kennst du die, die Strohsterne? Ja, natürlich. Die kann man hier auch sehr schön hinhängen. Und das ist eben das Tolle an dieser Gelande. 1,80 Meter laden hier dazu ein, sie zu bestücken und zu dekorieren, so wie Sie das gerne möchten. Und das Schöne ist, die Tannennadeln, die fallen nicht nach drei Tagen ab, sondern die bleiben beständig so. Sie können schmücken, wie Sie selber möchten. 1,80 Meter die Länge, das hat Anne-Kathrin gerade gesagt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man hier jetzt, und jetzt gehen wir mal Richtung Nikolaus, so ein kleines Stiefelchen noch dran hängt. Da sind die Kinder zumindest und die Großeltern, nein, nein, Entschuldigung, der Nikolaus füllt es dann in der Nacht zum 6. Dezember. Das ist natürlich auch eine schöne Einstellung. Also Ihnen sind hier keine Grenzen geboten. Sie hängen die Gelande auf und schmücken die. Vielleicht haben Sie auch die Sterne, die Strohsterne selber gebastelt mit den Kindern und mit den Enkeln. Dann bekommt das natürlich noch die ganz besondere persönliche Note. Ganz egal, was Sie damit machen. Die Bestellnummer, das ist die NX 8506 und die 569, also die ist immer gleich und der Preis auch für 1,80 Meter lang, 8,50 Euro. Und das ist jetzt kein Deko-Element für dieses Jahr oder für zwei Jahre, sondern das hast du eigentlich jedes Jahr. Das kommt in die Weihnachtskiste oder zu den Weihnachts-Herbst-Dekorationsideen dazu. Und dann kann man jedes Jahr wieder erneut davon profitieren. Und wissen Sie, was das Besondere an dieser Deko-Gerlande ist? Also das haben Sie vielleicht gerade auch schon gesehen. Die Nadeln sind hier natürlich unterschiedlich lang und sehen dadurch auch täuschend echt aus. Und als wir gerade ganz nah mit der Kamera drauf waren, haben wir auch hier schön gesehen, dass das hier, also diese kleinen Nadeln, die Zweige auch hier ganz naturgetreu gemacht sind. Also die sind wirklich wie in der Natur leicht bräunlich, haben verschiedene Farben, auch viele verschiedene Grüntöne hier von den Nadeln. Den ist Nadeln aber nicht. Und wie gesagt, das können Sie nach Lust und Laune dekorieren. Mein Deko-Highlight über den Türrahmen oder wenn Sie das Glück haben eines Treppengeländers, das kommt immer gut an. Okay, nochmal die Bestellnummer NX 8506 und die 569. Aber wer jetzt sagt, okay, ein bisschen was darf ruhig schon dran sein, da hast du uns eine zweite Alternative. Und da gehen wir jetzt hin. Wir bleiben also bei den Gerlanden. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Naturmaterialien, das kann man hier auch machen, nämlich mit unserer Deko-Gerlande. Die hat jetzt die Naturmaterialien schon direkt drin. Sie sehen ja hier so ein kleiner Apfel, ein kleiner Tannenzapfen, dann auch hier wieder die Eibenbeeren. Ja, und hier auch ganz schön gemacht unterschiedliches Tannengrün. Es gibt ja die Nordmantanne und was es da nicht gibt, Kiefer und Eibe und, und, und. Und das ist hier bewusst gewählt, dass wir hier verschiedene Tannensorten eingebracht haben. Auch hier schön mit dieser hellgrünen Spitze unterschiedliche Tannenzapfen. Also hier die ganz langen, dann die dicken, die Pinienkerne. Und auch unten haben wir zum Beispiel Mistelzweige angebracht. Auch hier wieder stattliche 1,80 Meter und auch die kann man wieder wunderbar kombinieren. Hängen so richtig mehrere nebeneinander. Und schauen Sie, sieht das nicht schön aus, diese kleinen Spitzen, wie in der Natur. Die Spitzen sind heller, dann wird es etwas dunkler, dann verschiedene Grüntöne. Grün ist ja nicht gleich grün. Verschiedene Längen der Nadeln und das gefällt mir so gut. Also das ist wunderschön, dann auch zum Beispiel Treppenabgänge oder auch hier dann im Türrahmen dekoriert. Oder wie wir das hier gemacht haben, wenn Sie ein schönes Bücherregal haben. Ich meine 1,80 Meter, also das ist wirklich hier ordentlich. Und da kann man auch zum Beispiel Bücherregale mal mit dekorieren. Also eine Galande mit 1,80 Meter Länge, die automatisch schon dekoriert ist mit wunderschönen Beeren, mit Äpfeln, mit echten Tannenzapfen. Ja, und das muss ich sagen, ist wirklich toll. Und wenn man, ich glaube, das in echt kauft und auch oder selber macht, dann zahlt man für die Einzelteile schon mehr Geld als hier. Der Kompaktpreis und nochmal, es ist wirklich absolut echt aussehend. Aber es sind natürlich Materialien, die nicht nach drei Tagen von der Galande fliegen, wie das bei echten Tannennadeln oftmals so der Fall wäre, sondern das ist dauerhaft haltbar. Nicht nur für diese Saison, für diesen Herbst, für diese Adventszeit, sondern auch für die folgenden Jahre. 20 Euro und 85 Cent für 1,80 Meter lange, für eine 1,80 Meter lange Galande mit diesen Deko-Highlights. Das ist schon mal ein Ausrufezeichen wert, aber auch hier, und das gilt für all unsere Deko-Elemente, sollten sie schnell genug sein. Denn die Deko-Highlights, das zeigt uns die Erfahrung aus den letzten Jahren, die Deko-Highlights sind immer ganz schnell ausverkauft. Vielleicht haben Sie auch so eine Säule zu Hause. Manchmal hat man ja so eine Säule, so eine tragende Säule und da kann man das auch schön ringsherum umwickeln. Das könntest du jetzt mit einer echten Tannengelande nicht machen, weil die ja sehr starr sind. Aber dadurch, dass wir hier einen Draht haben, wo diese kleinen Äste alle komplett einzeln drangesteckt sind, durch diesen Draht bist du sehr flexibel. Du kannst es tatsächlich auch irgendwo herumwickeln. Also ob das jetzt zum Beispiel eine Säule ist oder eben das Geländer, wo man das rumwickelt. Das geht überall und das mit 1,80 Meter. Ich finde das auch so schön, um den Türrahmen herum, wenn die Gäste praktisch schon mal gleich begrüßt werden. Das sieht wirklich sehr, sehr einladend aus. Und man sieht auch, der Mensch, der da drin wohnt, der macht sich Mühe, der macht sich Gedanken, der schmückt eben auch saisonorientiert. So, die Bestellnummer für diese Galande mit den Äpfeln, mit den Zapfen, mit natürlich auch den roten Beeren. Das ist die NX8505 und die 569. So, jetzt fehlt für mich bei einer Galande nur noch eine Kleinigkeit, dann wäre sie perfekt. Und das ist Beleuchtung. Und das habe ich zufällig. Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, auch bei mir muss es Weihnachten schnell gehen. Ja, fertig dekorieren. Und da habe ich jetzt hier eine wunderschöne Tannengelande, wie wir sie eben auch schon gesehen haben, mit den hochwertigen Naturmaterialien. Aber hier sind die Lichter schon dabei. 20 kleine LEDs, ja, komplett einmal auch sehr regelmäßig angeordnet, weil das Problem ist, wenn ich selber eine Lichterkette anbringe, haben Sie vielleicht auch schon mal festgestellt, dann gibt es immer so Stellen, da hängen zu viele Lichter und an anderer Stelle fehlt das wieder. Hier ist es wirklich schön regelmäßig und perfekt dekoriert. Die Lichter, natürlich das Tannengrün und die Äpfel, die Beeren, alles ist hier schon dabei für Leute, die wenig Zeit haben oder vielleicht auch ein bisschen fauler sind, wo es eben mal schnell gehen muss. Und natürlich kann ich jetzt hier zwischendurch mal noch kleine Zimtstangen dran dekorieren. Oder es gibt ja auch diese schönen Orangenscheiben, die getrocknet sind. Die kann ich auch noch dazu machen, wenn mir das jetzt zu wenig sein sollte. Aber vom Prinzip her bestellen, auspacken, aufhängen, fertig. Du musst hier nicht mehr viel machen. Ja, und das Schöne ist, ich muss nicht mal einen Stromanschluss suchen, weil das Ganze ist batteriebetrieben. Genau. Müssen wir wieder dazu sagen, dass es LED-Technologie ist. Das heißt, sie braucht sehr wenig Energie und so werden die Batterien auch richtig lang halten. Auch hier bin ich wieder beim Türrahmen. Ruhig zwei nebeneinander. Ja, dann haben wir fast die komplette Tür bedeckt. Ja, und jetzt aber mit Beleuchtung noch. Das heißt, man macht das dann abends einfach mal kurz an oder auch wenn man Gäste empfängt oder erwartet. Und die sehen dann, dass man wirklich Geschmack hat, dass man stilvoll dekorieren kann. Und sie wissen, dass es für sie nicht viel Arbeit war, weil einfach Montage und kein Stromanschluss von Nöten. Und der Preis, den finde ich jetzt auch wieder der Hammer, 21,80 Euro inklusive diesen 20 warmweißen LEDs und verschiedenen Deko-Elementen wie Beeren, die ich hier sehe, oder Zapfen, die ebenfalls integriert sind. Also das ist ein absolutes Highlight. Habe ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt für 50 Euro gesehen. Ja, da ist es immer ein bisschen teurer. Und dann ist ja auch das Problem, dann musst du es die ganze Zeit auf dem Weihnachtsmarkt mit dir rumschleppen. Hier bestellen sie sich das bequem nach Hause, auch gerne mehrere. Hier werden ihnen direkt vor die Haustür geliefert. Und was ich hier mir jetzt auch sehr, also das ist ja wunderbar, wir sehen das hier gerade schön. Normalerweise, wenn du jetzt eine Lichterkette hast und dir das selber immer dekorierst, dann hast du immer störende Kabel. Hier sind aber diese ganz kleinen feinen LEDs direkt schon schön integriert in das Tannengrün hinein. Das heißt, du siehst hier keine störenden Kabel und du kannst es natürlich auch weiterhin dann dekorieren. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, so kleine rote Schleifen, rot oder goldene Schleifen, die kann ich hier noch schön umwickeln. Ach, ich schwärme schon wieder so von unseren Deko-Gerlanden. Was man hier deutlich sieht von der Beleuchtung, gerade bei der Nahaufnahme, ich denke, Sie haben das auch gesehen, dieses wirklich warmweiße Licht. Sie wissen, bei LED unterscheidet man oftmals die Lichtintensität in warmweiß oder kaltweiß. Mit Kelvin wird das ausgedrückt, wenn man es fachmännisch macht, aber ich bleibe bei warm und es ist einfach eine unglaublich gemütliche Ausleuchtung hier durch diese 20 LEDs. Und nochmal, diese komplett geschmückte, inklusive 20 leuchtenden LEDs hier, Gerlande, die kostet gerade mal 21,80 Euro. Und nochmal, mein Tipp, wenn Sie sowas an der Tür anbringen, die Mitte der Türe, eine links, eine rechts, also gleich zwei bestellen und dann ist die komplette Tür wunderbar dekoriert. Und da werden auch die Nachbarn wieder mal richtig neidisch schauen, weil man guckt ja auch immer, was macht der Nachbar, was hat der dekoriert. Und hier können Sie einfach die perfekte Deko an Ihrer Tür anbringen, aber natürlich auch an jeder andere Stelle, ob das ein Regal ist, eine Fensterbank oder wie wir am Tisch. Die Bestellnummer ist die NX 8507 und die 569. So, man möchte aber auch auf den Tisch vielleicht mit Kleinigkeiten den Kaffeetisch, wenn man da mal Freundinnen oder Freunde zum Kaffee eingeladen hat, zu dekorieren. Und das ist ja mit so einem Gesteck auf einfachste Art und Weise möglich, oder? Das ist wunderbar, wie du sagst. Und vor allen Dingen auch hier wieder handgefertigt. Das sind Naturmaterialien und es ist wirklich Liebe zum Detail. Schauen Sie sich mal, das ist doch geschmackvoll, oder? Das ist wirklich so geschmackvoll. Hier natürlich Holzstöcke, ja, kleine Tannenzapfen. Die Sterne auch aus Holz? Alles aus Holz. Wow. Die Sterne sind aus Holz. Zwei verschiedene Tannenzapfen. Das passt überall auf einen Tisch. Aber das passt zum Beispiel auch schön jetzt dekoriert wieder auf einen Weihnachtsgeschenk. Wenn du ein größeres Geschenk hast, legst du das drauf, ohne eine Schleife, einfach so auf diesen Geschenkkartoff. Ach, du meinst wieder zur Veredelung. Zum Veredelung. Weißt du, wo ich das jetzt sehe? Wir haben ja auch ab und zu mal eine Weihnachtsfeier. Und ich glaube, Sie zu Hause haben auch schon eine Weihnachtsfeier von Vereinen oder von natürlich der Firma hier erlebt. Und dann ist es oftmals gar nicht so toll dekoriert. Und dann legst du einfach so alle zwei, drei Meter ein solches Gesteck hier aus echten Materialien auf den Tisch. Und ich glaube, dann ist schon die meisten Fragen nach der Deko erledigt, weil das sieht ja unglaublich schick aus. Ich bin ja auch jemand, ich bastle gerne Weihnachten, selbst mir Gestecke. Und was mich dann immer ärgert, diese Arbeit, die ich mir mache. Ja, ich kaufe mir dann jedes Mal echtes Tannengrün, dann nach einer Woche fängt das schon an zu nadeln. Und bis Weihnachten hält das meistens gar nicht, weil das dann schon so trocken ist durch die Heizungsluft. Dann muss man das wieder neu dekorieren und dann natürlich im nächsten Jahr das Gleiche wieder. Hier, das kommt so zu Ihnen nach Hause. Das legen Sie einfach nur hin und können es im nächsten Jahr wiederverwenden. Ja, da müssen Sie nicht zusätzlich nochmal Kosten auf sich nehmen, weil das ist ja auch sehr, sehr teuer, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt echtes Tannengrün kaufe oder mir das selbst im Wald hole. ist ja auch nicht so toll. Bei uns nicht. Hier ist es nicht teuer. 6,60 Euro für ein solches Gesteck. Und nochmal, das sind alles echte Materialien, echtes Holz, echte Zapfen. Und Sie bekommen dieses Adventsgesteck mit der Bestellnummer NX8509 und der 569 für gerade mal 60, 6 Euro. Ich sage schon 60, 6,60 Euro. Und ich glaube, das kannst du ja, wenn du die Materialien einzeln kaufen musst, kannst du das gar nicht selber so günstig zusammenbauen. Nee, das stimmt. Also selbst geht das gar nicht, weil du musst ja wirklich alles kaufen. Hier die Äste, dann die kleinen Deko-Sternchen. Man braucht eine Heißklebepistole, ja, um erstmal alles auch festzumachen. Und hier, das ist komplett so, wie Sie sich das vorstellen. Wenn Sie eh schon viel zu tun haben, vielleicht noch Kinder und dann, man will ja immer dekorieren, aber häufig ist dann auch die Zeit natürlich ein großes Problem. Und hier ist alles fertig für Sie dekoriert. Sie müssen nichts mehr machen. Natürlich besteht auch hier wieder die Option, wenn Sie sagen, auch mir fehlt hier so ein bisschen Glitzer, dann machen Sie noch so ein bisschen Glitzer-Spray oder es gibt ja auch dieses Schnee-Spray. Das kann man auch drüber machen. Aber vom Prinzip her auspacken, aufstellen, fertig. Und das ist ja das Schöne. Gerade Weihnachten, da überlegt man die Geschenke. Was kann ich schenken? Welche Gäste lade ich ein? Dann natürlich, was koche ich Weihnachten? Und da hat man so viel Stress. Weihnachten soll man ja eigentlich genießen, aber bei vielen artet Weihnachten immer ziemlich im Stress aus. Und da ist es doch schön, wenn uns erstmal eine Arbeit abgenommen wird, nämlich die Dekoration, oder? Richtig. Und man ist, weil du sagst, artet den Stress aus, oftmals ist man unter Zeitdruck. Wenn Sie jetzt clever sind, bestellen Sie jetzt schon, dann ist jeglicher Druck von Ihnen genommen. Sie haben keinen Zeitdruck mehr und Sie wissen dann auch, ich habe meine Deko-Elemente schon zu Hause. Und jetzt im Moment ist alles, was wir Ihnen zeigen, noch lieferbar. Das wird nicht lange so bleiben, da bin ich sicher, aber wir haben viele Deko-Highlights. Nochmal dieser wirklich schöne Adventszweig. Dieses Gesteck kostet gerade mal 6,60 Euro und die Bestellnummer ist die NX8509 und die 569. Ob Sie den Kaffeetisch damit dekorieren oder auch gerne mal eine Fensterbank oder vielleicht im Eingangsbereich oder dann bei der Weihnachtsfeier ganz einfach den Tisch damit dekorieren. Und das bleibt hier wie immer Ihnen überlassen, Ihrer Fantasie sind da keine Grenzen gesteckt. So, jetzt möchte man vielleicht auch das Ganze noch mit einer Kerze oder mit ähnlichem, also so ein Gesteck mit einer Kerze vervollständigen. Und dann hast du uns auch noch ein wirklich tolles, tolles Gesamtkonstrukt mitgebracht. Und was denken Sie natürlich automatisch, wenn Sie an Weihnachten denken, na klar, der Adventskranz. Das sind dann ein Kranz mit schönen Naturmaterialien und die Kerzen, die dürfen ja nicht fehlen. Und hier müssen Sie Ihren Adventskranz gar nicht mehr selbst bestücken, denn der ist schon fertig. Der Kranz ist jetzt hier nicht aus diesen komischen, das kennen Sie vielleicht auch, da gibt es so Rohlinge, die sind dann irgendwie aus so einem komischen Schaumstoff und das sieht man dann immer durch. Hier besteht der Kranzrohling und das sehen Sie ja ganz toll, aus Tannenzapfen. Auch hier wieder handgefertigt, Naturmaterialien und wirklich komplett fertig. Was Sie jetzt noch in die Mitte hineinpacken können, ist entweder ein echtes Teelicht oder zum Beispiel auch die LED-Teelichter. Sind ja auch mal sehr, sehr schön. Gerade wenn Sie jetzt auch wieder hier jemanden haben, der im Seniorenzentrum ist oder im Krankenhaus, da kann ich das jetzt hier auch schön mit einem LED-Licht kombinieren. Aber auch hier gilt wieder, machen Sie sich bitte keinen Stress, denn die Dekoration, die kommt dieses Jahr fertig zu Ihnen. Ja, und das für gerade mal 10,40 Euro. Und auch da müssen wir wieder einen Preisvergleich starten. Sie wissen, was solche Grenze mit Naturmaterialien kosten, die werden heutzutage, die lässt man sich heutzutage richtig teuer bezahlen. Bei 10,40 Euro können wir wirklich nicht von teuer sprechen, weil das ist wieder exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer. Ihr Pearl TV Sonderpreis. Sieht wunderschön aus. Auch hier die Halterung bzw. die Schale, die Leuchtschale für das Teelicht, unglaublich hochwertig gemacht. Und die Bestellnummer für dieses tolle Deko-Element ist die NX 8508 und die 569. Und hier sind wir ja gar nicht unbedingt bei Weihnachten. Das ist ja auch herbstliche Dekoration. Das kann man also gerne auch jetzt schon mal auf den Kaffeetisch stellen oder wo immer man es positionieren will. Ich glaube, das ist wirklich was Schönes. Und dann kann man sich so langsam aber sicher eingrooven, wie man heutzutage sagt, auf die Adventszeit. Und nochmal, es sind keine 100 Tage mehr bis Weihnachten. Die Adventszeit beginnt dann immer nochmal 24 Tage vorher. Das heißt, wir haben nicht mal mehr 75 Tage bis zum ersten Advent. Und die Zeit rennt. Und dann wird es Zeit, sich das wirklich schöne und beste Dekomaterial auszusuchen. Und deshalb nochmal der Hinweis, bestellen Sie gleich heute Ihre Deko-Highlights. Dann kommt man auch nicht mehr in Zeitdruck. Oder man denkt immer, man hat noch Zeit, man hat noch Zeit. Und jetzt ist es da. Und an diesem Kranz ist natürlich auch schön, dass er nicht so groß ist. Es gibt ja diese großen, spechigen Adventskränze. Und wenn Sie dann in einer kleinen Wohnung wohnen, wo sich das nicht lohnt, so einen großen Kranz nach Hause zu holen. Oder was ich immer nicht schön finde, so Adventskränze, die legt man ja meistens auf den Tisch. Aber wenn du dann so einen riesen Adventskranz hast, dann ist der ganze Tisch immer schon voll. Dann hast du keinen Platz mehr für Kaffee, für Kuchen. Und man hat nun mal nicht jedes Mal so eine ewig lange Tafel. Viele haben einen kleineren Wohnzimmertisch. Und dann ist der Tisch schon immer voll, nur vom Adventskranz. Dann kannst du nichts anderes mehr draufstellen. Das ärgert mich jedes Mal. Und hier haben einen kleinen, gemütlichen Adventskranz, ein Adventsgesteck. Hier mit Teelichthalter und das Teelicht ist wirklich aus Glas. Also hier nochmal der Test mit dem Fingernagel. Du hörst deutlich. Komplett aus Glas. Also auch hier kein Kunststoff. Nein, alles hochwertig. Glas und echte Materialien, echte Zapfen hier in Kombination. Und nochmal auch kein Drahtgeflecht drunter, sondern die Zapfen sind das Geflecht. Und das ist eben schön. Hier sind wir sehr, sehr naturverbunden unterwegs mit diesem Adventsgesteck mit Teelichthalter. Die Bestellnummer ist die NX 8508 und die 569. Der Preis und unser TV-Sonderpreis exklusiv für Sie gerade mal 10,40 Euro Cent. So, jetzt ist ja das Symbol für Weihnachten ein Weihnachtsbaum. Den stellt man jetzt natürlich noch nicht auf. Aber wir haben jetzt einen Weihnachtsbaum für Sie, den man jetzt schon aufstellen kann. Und dann Richtung Adventszeit dann auch noch mal schön dekorieren kann. Und das ist ein weiteres Highlight, das du uns mitgebracht hast. Ein Weihnachtsbaum, der niemals seine Nadeln verliert. Ein Weihnachtsbaum hier komplett fertig für 16,10 Euro. Da sind die LEDs, da ist er dabei. Da sind die Albenbären dabei. Da sind die Lichter dabei. Und schauen Sie mal, Sie haben ja nicht so einen ollen Plastiktopf. Denn dieser kleine Weihnachtsbaum, der ist verpackt in so einem Jutesack komplett fertig. Und der Weihnachtsbaum, das ist ein Muss jedes Jahr, oder? Das ist doch, also Weihnachtsbaum, wenn man keinen Weihnachtsbaum hat, weil man vielleicht sagt, das nadelt mir zu sehr, das ist mir zu teuer, jedes Mal 30, 40 Euro auszugeben für einen Baum. Oder ich habe gar nicht die Möglichkeit, in meinen Weihnachtsbaum ein Auto zu packen. Den kann ich jedes Mal aufs Neue verwenden. Und 30 kleine LEDs plus Beeren schmücken hier ihren kleinen Weihnachtsbaum. Das ist mir, wenn ich bedenke, wenn du Lichterketten für Bäume kaufst mit 30 LEDs, zahlst du dafür schon 10, 15, manchmal 20 Euro. Hier aber den kompletten Baum, der schon dekoriert ist mit den Zapfen, mit den Beeren, der wunderschön aussieht, für gerade mal 16,10 Euro. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist eben, was du gerade gesagt hast, das sieht aus, als wäre die Wurzel noch eingepackt in diesem Jutesack. Das ist mal wirklich ein anderes oder ein weiteres Highlight. So noch nicht gesehen ist, dann auch schön auf einer Anrichtung, auf einem Schränkchen zu präsentieren und sieht mit Sicherheit auch jetzt schon gut aus. Wer Weihnachten gar nicht mehr erwarten kann, aber man kann sich ja auch bestellen und dann zum ersten Advent zum Beispiel präsentieren. Ich finde das immer ziemliche Verschwendung, sich jedes Jahr aufs Neue dann auch einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Das ist richtig teuer. Und das ist jetzt nicht so ein kleiner Baum, das sind 60 Zentimeter. Also das ist jetzt nicht nur so ein richtig kleines Bäumchen, sondern wirklich stattlich hier zum Beispiel dann auch schön irgendwo im Fensterstock präsentiert oder auf so einem kleinen Höckerchen oder natürlich auch da, wo Sie es gerne hinstellen möchten. Sie können das natürlich Weihnachten dann auch weiter dekorieren. Das ist jetzt nur eine Option, der kommt fertig nach Hause. Aber wenn Sie sagen, ich habe da noch so ein paar kleine Kugeln oder so ein paar kleine Zuckerstangen, die gefallen mir eigentlich sehr gut oder oben die Spitze noch einen kleinen Stern dran, kann man ja weiter dekorieren. Der muss nicht so bleiben. Das kann, muss aber nicht sein. Aber hier der große Vorteil, hier werden nicht die Bäume jedes Mal gefällt und neuer gekauft, sondern der ist jedes Jahr wiederverwendbar und deswegen natürlich auch schön für die Umwelt. Ja und schon ausgestattet mit 30 LEDs, die wunderbar hier leuchten. Ich sage Ihnen, die Bestellung für diesen wunderbaren Weihnachtsbaum mit diesen 30 LEDs, das ist die NX 7645 und die 569 und sagen Sie jetzt bitte nicht, es ist noch zu früh. Es sind keine 100 Tage mehr bis Heiligabend und die Zeit rennt. Sie wissen das selber, wie lange haben wir gewartet, bis Sommer war. Jetzt ist er wieder vorbei, so schnell geht das. Und genauso wird es mit Weihnachten gehen. Deshalb rechtzeitig entspannt bestellen. Sie bekommen alles bis vor die Haustür geniefert. Das heißt auch keine Parkplatzprobleme oder suchen solche Deko-Elemente. Die muss man auch richtig suchen, weil die gibt es ja nicht in jedem Geschäft an der Ecke. Und deshalb machen Sie es sich bequem. Holen Sie sich die schönste, auch schon adventliche, weihnachtliche Stimmung jetzt schon ins Haus. Und wann Sie die dann aufstellen und präsentieren, das bleibt ja ganz allein Ihnen überlassen. Viele, denke ich, werden Sie jetzt gleich mal in eine Fensterbank reinstellen, weil es auch im Herbst eine schöne Beleuchtung ist. Aber andere werden dann warten bis Weihnachten. Aber das ist ganz, ganz allein Ihnen überlassen. Nur bestellen Sie es rechtzeitig, bevor die ausverkauft sind. Noch einmal die Bestellnummer für diesen wunderbaren Weihnachtsbaum. Die NX 7645 und die 569 16,10 Euro der Preis. Und wenn ich bedenke, was Weihnachtsbäume regulär kosten, ist das ja auch wieder ein wirklich super günstiger Preis. Die werden ja von Jahr zu Jahr teurer, weil man vielleicht anfängt, auch früher habe ich da mal noch 20 Mark bezahlt. Das ist mittlerweile für so einen kleinen dann in Euro. Die werden immer teurer. Und jedes Jahr aufs Neue wieder die Rennerei, dann vergleicht man. Und klar, in der Natur sind die Bäume ja auch nicht gleich. Jeder sieht immer so ein bisschen anders aus. Auf der einen Seite längere Äste, auf der anderen. Und immer gefällt einem das nicht. Aber das ist nun mal die Natur. Die Natur hat nun mal nicht jeden Ast gleich. Aber bei dem hier schon. Und der Transport der Bäume ist auch nicht so einfach. Egal ob groß oder klein. Man hat bei Echtnadeln natürlich immer ein versautes Auto hinterher. Hier entfällt auch das. 16,10 Euro der Preis. Die Bestellnummer NX 76,45 und die 569. Und jetzt kommen wir hintereinander zu zwei Highlights aus dem letzten Jahr. Und das waren nochmal solche Highlights, dass die nach drei Tagen absolut restlos ausverkauft waren. Und Sie haben jetzt die Chance, hier zuzugreifen und sich diese wirklich tollen Deko-Axis-Mars nach Hause zu holen. Ist der nicht schön. Das ist hier eine kleine Laterne. Und das erinnert mich immer an meine Kindheit. Das kennen Sie bestimmt. Da hatte man so eine kleine Laterne oder so eine kleine Kugel. Und wenn man die geschüttelt hat, dann hat es geschneit. Und hier schneit es kleine Glitzerelemente. Und der Schneemann in der Mitte, der freut sich. Und das Besondere hieran ist, ich muss gar nicht mehr schütteln. Nein, das ist nämlich hier alles schon automatisch gemacht. Das Glitzer hier schwimmt in dieser Flüssigkeit. Und schauen Sie mal, das wird automatisch aufgewirbelt schon. Und wenn ich den jetzt hier ausschalte, dann geht das Licht aus. Und natürlich der Wirbel verschwindet. Aber jetzt stelle ich ihn wieder ein. Und dann schneit es kleine Glitzerelemente. Der Schneemann in der Mitte, der freut sich hier mit seinem kleinen roten Schal. Auch im Hintergrund der Tannenbaum. Und wenn wir uns die Deko-Laterne mal anschauen, da sind dann auch hier so kleine ausgestanzte Sternchen. Das heißt, auch die leuchten dann zum Beispiel an die Kinderzimmerdecke. Kann ich auch aufhängen, wenn ich das will. Oder wie ich das jetzt hier habe, aufstellen. Also das ist so mein Favorit, was mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ja, dieser Sternenregen ist faszinierend. Das ist fast schon ein Schneemann im Sternensturm oder im Schneesturm. Wie auch immer Sie das interpretieren möchten. In wenigen Tagen kommt hier die Lieferung für diese Saison. Und ich bin mir recht sicher, dass sie nicht mal bis zum 1. November halten wird. Dann sind sie wieder alle ausverkauft. Erstens mal, weil es auch wieder ein Deko-Highlight ist, das man so noch nie gesehen hat. Und zweitens, weil es unglaublich günstig ist mit 12,30 Euro. Natürlich das Ganze auch Steckdosen unabhängig, weil Batterie betrieben. Und auch hier LED-Technologie. Das heißt, die Batterien werden sehr, sehr lange halten. Also siehst du an meiner Hand das Sternchen hier. Das würde ich jetzt mir auch zum Beispiel schön im Kinderzimmer vorstellen. Als Nachtlicht. Weil dann werden die kleinen Sternchen an die Decke projiziert und an die Wände. Und dann hat man so ein kleines Nachtlicht. Und die Kinder können schön einschlafen, weil sie dann vom Weihnachtsmann träumen. Das ist ja das schöne Abend in einem gewissen Alter. Da glaubt man wenigstens noch an den Weihnachtsmann. Und dann können die richtig schön schlafen. Und der Schneemann, das ist so das Symbol, finde ich, für eine glückliche Kindheit. Ja, und jetzt ganz, ganz schnell sein. Weil in wenigen Tagen kommt hier die erste Lieferung und wahrscheinlich auch die letzte Lieferung für dieses Jahr. Und die wird, bevor diese Laternen bei uns ankommen, schon ausverkauft sein. Das zeigen die Zahlen vom letzten Jahr. Und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Deshalb noch mal der Appell an Sie, sagen Sie nicht, wir hätten nichts gesagt. Die jetzt schon bestellen, damit Sie es auch sicher bekommen. Die Bestellnummer ist die NX8181 und die 569 hier mit diesem Schneemann, mit dem Sternenregen, der schicken Beleuchtung und dem Sternenwirbel, der hier ab und zu mal aufkommt. Für mich ein absolutes Dekohal. Das ist schön intervallmäßig. Kommt immer wieder ein neuer Schwung oder neuer Strom. Wir werden aber auch mit dieser Lampe, werden wir noch ein bisschen weihnachtlicher. Und das ist ja so schick. Das ist Metall, oder? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Messing-Look. Ganz, ganz antik und richtig schwer und robust. Also wenn man sowas jetzt in einem antiken Geschäft kaufen würde, da würde man richtig viel Geld dafür bezahlen. Das ist hier mein persönliches Highlight. Diese Laterne aber diesmal mit einem Weihnachtsmann. Und schauen Sie erst mal, wir beginnen mal mit der Laterne. Wie liebevoll die gestaltet ist. Nochmal in diesem Messing-Look. Hier unten der Sockel. Ganz verspielt. Das wird auch gut in den Altbau hineinpassen. Oder wenn man etwas rustikaler eingerichtet ist. Und dann auch hier wieder dieser automatische Schneewirbel. Sehen Sie das hier unten? Von unten wird der Schnee aufgewirbelt. Aber kein Schnee, wie wir das sonst so kennen, sondern kleine Glitzersteinchen, Glitzerfunken. Und in der Mitte, da wartet auf Sie der Weihnachtsmann mit seiner Laterne und dem Sack und natürlich dem Tannenbaum. Ich kann Ihnen das auch gerne mal umdrehen. Also wirklich von allen Seiten, egal wie Sie es jetzt aufstellen, wirklich rundherum Liebe zum Detail. Mit dieser ganz schweren, hochwertigen Laterne gefertigt. Ja, das Ganze gerade mal für 17 Euro und 5 Cent. Auch der kommt in wenigen Tagen. Und ich finde schon allein die Materialwahl hier so beeindruckend. Das Vollmetall im Messing-Look. Dann hier Glas. Und da drin der Weihnachtsmann. Ja, ungerührt vom Schnee. Denn er freut sich sogar über den Schnee. Und ich glaube, die Kinder freuen sich hier auch. Und ich kann mir das zum Beispiel auch gut in dem Flur, in dem Eingangsbereich, auf der Anrichte vorstellen. Dass gleich mal, wenn Besucher kommen, dass sie damit begrüßt werden. Es ist ein- und ausschaltbar. Es ist ein Deko-Highlight. Welches? Und ich muss es noch mal betonen, weil wir wollen da ganz, ganz ehrlich sein. Letztes Jahr sofort ausverkauft war nach drei Tagen. Und das wird dieses Jahr nicht anders sein. Deshalb, wenn Sie so ein Dekorations-Highlight für so wenig Geld zu Hause haben wollen, dann notieren Sie jetzt sofort die Bestellnummer, die NX 8182 und die 569. Und rufen Sie sofort nach dieser Sendung an. Denn nur dann ist garantiert, dass Sie bei der ersten Lieferung in wenigen Tagen berücksichtigt werden. Ist das nicht schön? Da könnte ich stundenlang zuschauen, wie dieser kleine Glitzerschnee hier aufgewirbelt wird. Und in der Mitte, da steht der Weihnachtsmann. Das ist so schön. Und dann natürlich die Kombination mit dieser ultraschicken, antiken Laterne. Und gerade für dieses antike Dekomaterial kann man richtig viel Geld ausgeben. Also jetzt für diesen Preis unbedingt sofort in die Leitung gehen. Nicht lange warten. Da dürfen Sie wirklich keine Zeit verlieren. Und ich sage Ihnen deshalb noch mal die Bestellnummer, die NX 8182 und die 569. Hier auch batteriebetrieben, beide unsere Lampen. Und deshalb haben wir noch einen Sparpack, beziehungsweise zwei Sparpacks für Sie. Das Erste, das Sie jetzt eingeblendet sind, sind 20 Doppel-A-Batterien. Das heißt, die größeren von den kleinen. Und hier sehr langlebig und für wenig Geld. Gerade mal für 6,60 Euro. Ja, und in unsere Deko-Highlights, das ist ja das Besondere daran, kommen überall Batterien hinein. Das heißt, Sie haben hier keine Folgekosten. Sie kaufen die Batterien. Batterien kann man hier eh immer brauchen. Hier für Sie eingeblendet Doppel-A. Und noch mal, das ist die große Besonderheit. Sie brauchen keinen Stecker, keine Steckdose. Sie brauchen nur unsere kleinen Batterien. Und hier 20 Stück für 6,60 Euro. 20 Stück, das ist ultra günstig. Ja, und die holen Sie sich nach Hause auch. Die braucht man ja sowieso immer für Wagen, Fernbedienung, Uhren und so weiter. Die Bestellnummer für das 20er Sparpack Doppel-A ist die PX1569 und die 569. Aber um natürlich die Batterien zu vervollständigen, haben wir für Sie auch einen Sparpack. Und das sind Triple-A, das sind die ganz kleinen von den kleinen Batterien. Genau, 20 Stück für 5,65 Euro. Und da tun Sie mir bitte den Gefallen. Kaufen Sie gleich mehrere von den Sets. Zum einen natürlich für unsere schönen Deko-Highlights. Dann kann man Batterien immer gebrauchen, wissen Sie ja selbst. Und Weihnachten, wenn Sie Kinder haben, Enkelkinder, und Sie verschenken Spielzeug, da kommen die Batterien ja meistens nicht mit. Dann ist das wirklich ein großes Trauerspiel. Oder Batterien gehen mal leer, während man damit spielt, dann ist das große Trauern auch da. Also hier das 20er Sparpack mit der Bestellnummer PX1565 und der 569 und für gerade mal 5,65 Euro. Ich glaube, jeder weiß, wie wichtig heutzutage in Haushalten Batterien sind. So, und das war sie jetzt, unsere Sendung mit wirklich vielen Deko-Highlights. Auf zwei möchte ich Sie noch mal aufmerksam machen. Einmal auf unsere wunderschönen Deko-Kissen, die Sie jetzt die ganze Sendung über bewundern konnten. Diese bitte schon vor, nee, nicht vorbestellen, gleich bestellen, bevor sie ausverkauft sind. Ich sage Ihnen die Bestellnummer noch mal für das Zweier-Set. Das ist die NX83525 und die 569. Und am Ende der Sendung diese beiden Laternen, auch die werden ganz schnell ausverkauft sein. Deshalb da auch schnell sein. Christmas Season Opening. Das ist das Motto dieser Woche hier bei Pearl TV. Und da haben wir viele, viele Produkte für Sie, die das Leben ein bisschen schöner machen, ein bisschen wärmer, ein bisschen mehr Deko. Und wir gehen dann natürlich Schritt für Schritt schon langsam Richtung Weihnachten. Und ich hoffe, Sie gehen mit uns. Und jetzt gehen Sie bitte ans Telefon und bestellen sich Ihr Lieblings-Deko-Objekt. Und ich bin mir sicher, dann können wir uns richtig schön freuen auf eine tolle Adventszeit. Und ich bin mir sicher,